So, herzlich willkommen in der Metze Power League One. Jetzt ist es richtig, wir begrüßen hier den Aufsteiger aus der zweiten Liga von der letzten Saison, die Rangers gegen Salzburg. Mit dabei ist der Ending. Ja, und die Rangers sind aufgeschlagen, das hat ein Mann gehört. Dann ist die zweite Legende, die ich geholt habe. Ronaldo Nummer 9. Spielt hier auch der Formel Team nach Marc Reiter gerade am Ball. Ist auch ein Neuzugang. Jetzt habe ich meine Legende nicht auflaufen lassen. Ja, das ist Salzburger ungeschlagen. Zwei Spieler jetzt schon. Und am dritten. Wenn sie gut punkten. Mal schauen, wie sich der Aufsteiger tut. Und da mal kurz zum Ball, Ronaldo. Oh. Oh. Ja. Ja, Figo nimmt einmal Platz auf der Tribüne. So, jetzt ist er da. Oh. Check. Oh, mein Gott. da kann der skammer 14 treffer mega 2 und macht einen sehr schönen hier ja schön aber rennt doch ronald na könnte er es machen so auf die Seite so anzultat würde ich auf die Seite rausrennen ein bisschen gegen den Spielverlauf auf jeden Fall dieses Tor ja so ist das natürlich kann man die neuen nicht so einschätzen in der Liga da wollen sie erst an einem Ziel oben bleiben sich immer langsam etablieren so wie bei der vorigen Saison ja sie wollen ja klar wenn sie oben mitspielen wäre es super oh das neue Kaiser lautern oh 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 naемся da wäre es dieser Mann hat maßgeblich Anteil an diesem Erfolg gehabt Schade. Rot-Borrens, Platz. Gut macht er zwischendurch. Ja, kennt auch Top-Assistgeber auf der anderen Flankenseite bei den Rangers. Gewiss in der zweiten Liga, also hier treffen wirklich zwei Spieler in einem Team, die sehr maßgeblich an diesem Ausstieg beteiligt sind. Ja, aber Salzburg darf er nicht außer Acht lassen. Ja, die haben auch gegen Rapid Armlos gespült in der ersten Halbzeit. Ich würde auch fitnessmäßig schauen, wie das hier aussieht. Ja, vielleicht ist es einfach heute der Luis Fiegerfaktor, der fehlt. Oh. Oh. Schön mal gerade da. Oh. Oh, der Blas ist. Oh, der Blas ist. Ich geh nicht schon weg. Ich geh nicht schon weg. Uuuuuh. Oh, jetzt hab ich ja den aus. So, jetzt ist die Blase frei. Mit der Brand auch auflegen und nicht Selbstbord. So, Kent geht's. Murphy kommt. 91 und ich sitze noch auf der Bank. Das ist mal nix. Ja, nee, den mangelt es den Salzburger nicht. Die Spirits für den nächsten Spiel sind vor dem Spiel nach heute. Oh, schade. Oh. Oh. Ups Ja, haben sie schon gesehen, hier gelb Was machen wir hier? Du hast schon ein Tor geschossen Ich bin nur auf dem Halt Ach, das so auch Ja, die Säge sind Damit rutsch der Neuzugang. Da sind sie jetzt zu dicht gestanden. Boah, der war schon gespielt. Mach mal schön Sinn. So, Ausgleich. 1,1. Du wie Javo, Assisten Münzen. Woah. 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 Torrens Oh, der rennt jetzt nicht weiter Oh, schön, Jabo Oh, wie sind die Pflos? Ja, ohne Schinnen Und Salzburg behält eine weiße Weste Kann man sagen, ungeschlagen Ja, schönes Mensch noch Ja, war ein sehr schönes Mensch, sehr gut, wiederholen wir sehen wir keine Wir sehen uns beim nächsten Mal, bis zum nächsten Mal Ciao